Fresh ASMR zurück. Heute gibt es wieder GTA 5 Softsmoke und ich will mal gucken, wir gehen ja mal zu Franklin weggen oder Merkel, ne wir können noch weiterhin Trimor spielen. Okay, dann fangen wir mal einfach hier zur C rüber und gucken mal, was es dort so zu tun für uns gibt. Kommen auch gerne auf unseren Discord, dort kannst du natürlich auch immer Wünsche und alles in den Channel schreiben, mit uns schreiben und bist natürlich auch immer auf den neuesten Stand. Genau, dann abonniere auch gerne den Kanal, wenn dir die Videos gefallen, denn wir sind auf dem Weg zu den 300 Abonnenten und ja, dann wir fahren jetzt mal hier hoch, Entschuldigung, dass ich dich da überfahren habe. Ja, dann wir fahren jetzt mal kurz hier hin und ich muss mal kurz was schauen, oder den Einstellungen und der Audio. So, dann steigt mir hier aus. Nein, Entschuldigung, ich will aussteigen. So, okay. Und dann irgendwo hier rein muss ich, oder? Wahrscheinlich muss ich hier reingehen. Und hallo, ja? Ja. 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 Das war's. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann fahren wir dort jetzt einfach mal auf entspannt hin und schauen, was wir dort zu tun haben. Okay, wir müssen hier abbiegen. Dann bin ich wieder gegen gefahren. Mist. Okay. Dann sind wir wahrscheinlich gleich da, oder? Ja, wir haben es richtig geschafft und sind da hoch, hier noch um die Kurve und dann sind wir da auch gleich schon da. Aber ich glaube, die kann man auch schon sehen, oder? Hier über die Brücke. Hier rechts um die Ecke und da sind wir auch schon. Zeig mal ja, okay. Okay, ich muss mich jetzt zum Aussichtsbocken begeben. Dann gehen wir da hoch. Und schauen mal. Okay, die verteidigen jetzt das. Das ist ein Labor. Okay. Dann machen wir jetzt mal das Labor kaputt. Immerhin, immerhin, weil wir ja die sein, die hier die Oberhand haben. Dann fahren wir dort hin und machen das kaputt. Dann fahren wir dort schnell hin. Hier haben wir die Cover. Und. Okay, das ist ein Fehler gewesen. Normal. Okay. Das ist so ein schlechtes Aiden. Okay. Nein. Einfach kurz nachladen. Von wo? Oh mein Gott. Von wo sind die denn jetzt gekommen? Holy shit. Das ist ja richtig schwierig. Dann versuche das nochmal. Aber das lief ja beim ersten Mal schon gar nicht schlecht. Okay. Jo, was hat mir der von eben? Boah, hackt der. Einfach ein Bot, der hackt. Das ist ja mega mies. Wie soll man das denn schaffen? Habt ihr gesehen, wie viel Schaden der mir gemacht hat? Auf die Range. Ich will nicht, dass mir noch einer gegenkommt. Okay. Jetzt gehen wir da rein. Geh mal schnell da rein. Und. Oh nee. Da sind noch mehr. Ja. No way. Oh no. Okay. Noch einer weniger. Dann. Oh no, oh no, oh no, oh no. Vielleicht werden es mal hier entlang. Oh. Okay. Hab dich. Okay. Dann haben wir. Ah, okay. Jetzt haben wir noch mehr. Die scheinen hier um die Ecke zu sein. Oh no. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Okay, 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 okay. Okay, Trevor, okay. Du chillst erstmal. Wir müssen erstmal chillen. Okay. Oh no, wie soll ich da jetzt hochkommen? Wie komme ich da hoch? Muss ich jetzt hier reingehen? Okay, wir gehen einfach mal rein. Oh no. Oh no, oh no. Oh no. Oh mein Gott. Ich muss mich grad ein bisschen konzentrieren. Oh no, oh no, oh no. Nein, so knapp, so knapp, so knapp. Auf ein neues Versuch. Wir versuchen es nochmal, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es nochmal. Erneut versuchen. Okay, wir sind jetzt hier vom Haus. Und... Gucken nochmal. Wir gehen hier... Hier lang. Nee, da kommen wir nicht lang. Dann... Wir fahren einfach hier rum. Okay. Gehen mal hoch. Gucken mal. Ja. Er ist unter uns. Ist hier oben irgendwas? Okay, hier kann ich nicht durchschießen. Wir gehen durchs Fenster. Okay. Okay. Ich glaube, wir kommen aber langsam... Voran. Von wo hat er mich angeschossen? Oh mein Gott, das ist ja super schwierig. Das ist eine richtig schwere Emotion. Okay. Hier haben wir noch einen mehr ausgenommen. Einmal weniger. Vielleicht gehen wir einfach mal von der anderen Seite ran. Von wo... Also ich verstehe das nicht. Von wo wurde ich denn jetzt wieder angeschossen? Also... So ganz verstanden habe ich das noch nicht. Okay. Von wo? Guck mal. Von links irgendwo, glaube ich, habe ich gesehen. Ah. Hm. Ich fall einfach um. Okay, das ist komisch. WTF, warum fall ich einfach hin? Ich fall einfach hin. Dann gehen wir... WTF, warum fall ich immer nur noch hin? Warum fall ich einfach nur hin? Das ist komisch. Ja, regenerieren mal kurz. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt noch mal rein. Jetzt sind wir wieder grün im Leben. Und... Wir gehen hier rein. Okay. Dann... Dann... Komm. Okay. Okay. Noch einer übrig, glaube ich. Noch einer übrig, glaube ich. Okay. 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 Und jetzt ist hier was. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Hier? Und jetzt? Ist hier was? Im... Im... Ist hier was? Ach nee, wahrscheinlich unten. Ah, ich muss in den Keller. Ich muss in den Keller. Ich muss in den Keller. Verstehe. Dann gehen wir mal da runter. Okay, wir haben's. Jetzt gehe ich hier hin. Und... Dann... Machen wir das jetzt hier lang. Gut. Wir vergießen hier ganz viel Benzin jetzt. Einmal entlang. Und... 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 Zuck. Gehen wir einen Maus holen. Einmal quer durchs Haus hier. Und... Machen. Dann Feuer. Im Haus. Wahrscheinlich. Ich denke mal, darauf läuft's hinaus. Und... Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt drauf. Und jetzt? Jetzt verbrennt einmal alles. Oh oh. Klassisch wie im Film, die Szene. Cool. Okay, wir haben es geschafft. Okay, dann fahren wir weg. Einfach und ziehen mal durch. Ich würde sagen, zu unserem Haus. Und sind dann weg. Haben es geschafft. Dann hoffe ich dir, was dir gefallen. Lass gerne kostenlos. Wie gesagt, Like und Abo da. Und dann sehen wir uns in diesem Video wieder. Tschüss.